Rute für neue Präsentationen möchte ich oft Folien aus vorhandenen Präsentationen übernehmen. Problem ist, dass diese selten so erscheinen, wie ich es brauche. Sprich, da ist immer irgendwas falsch positioniert und ich muss das alles von Hand zurecht drücken. Gib mir doch mal bitte eine Idee, wie man das richtig macht. Ja Markus, da musst du dir nur ein paar einfache Schritte merken. Zeig doch mal deine Beispielpräsentation bitte. Das ist meine Präsentation und was ich dann mache, ich gehe auf der Registerkarte Start, hier auf Folien wiederverwenden, dann zeigt er mir schon automatisch die zuletzt geöffneten Präsentationen an. Ich nehme jetzt diese Präsentation und habe nacheinander meine Folien da drin und ich möchte beispielsweise diese Folie jetzt übernehmen. Also würde ich draufklicken und siehe da, die hat vom Layout her nichts mit dem zu tun, da fehlen die Fußzeilen, was auch immer. Da ist noch ein Logo drin. Wie gehe ich hier richtig vor? Da hat PowerPoint das Layout aus der Quellpräsentation genommen. Das heißt, wir müssen erst das Layout der Zielpräsentation zuweisen. Du bist ja schon im Register Start und Nebenfolien wiederverwenden. Das obere der drei kleinen Icons ist das Layout. Da nimmst du bitte Titel und Inhalt. Jetzt haben wir schon mal das richtige Layout zugewiesen und falls PowerPoint jetzt noch die einzelnen Bestandteile nicht an der richtigen Stelle hat und zum Beispiel, weil die Überschrift weiß auf weiß ist, gehst du jetzt bitte auf das mittlere Symbol. Das ist Layout neu zuweisen und sobald du das neu zuweist, färbt er auch die Überschrift wieder in der passenden Farbe in schwarz. Was fehlt, ist noch die Fußzeile, weil du siehst hier, ich habe ein Datum, ich habe einen Namen und habe eine Seitenzahl und das fehlt jetzt hier. Bei der blauen Präsentation war die Fußzeile ausgeblendet, deshalb blendet er hier keine ein. Das können wir aber schnell korrigieren, indem du auf Einfügen gehst, dort rechts auf Kopf und Fußzeile setzt die entsprechenden Häkchen und sagst übernehmen oder für alle übernehmen. Jawohl, jetzt ist die Folie korrekt.